Hallo ihr Lieben! Heute mal zu einer weiteren Folge von The Sims 4. Ja, ich weiß, es kam jetzt länger keine Folge mehr. Aber ich hatte immer so komische Probleme mit Bugs. Mein CC-Ordner ist jetzt ziemlich groß. Ich habe jetzt das Sims 4 Studio erst mal die CC ein bisschen gefixt. Und die Überflüsse ist jetzt hier entfernt. Und ich hoffe, dass die Bugs einigermaßen weniger geworden sind. Auf jeden Fall machen wir heute erst mit dem Erstellen eine Sim-Folge weiter. Wo wir mit dem Moshinu-Accessoire-Pack, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, arbeiten werden. Also das heißt, ich werde nach dem Pack die Sims erstellen. Vielleicht ein Mann und eine Frau, die auch einen kleinen Hund dazu bekommt. So habe ich mir gedacht, jetzt machen wir diese Folge. Und ab morgen geht es dann regulär weiter mit den normalen Folgen. So, habe ich so gedacht. Machen wir das erst mal. Dann gucken wir mal, wie weit wir mit dem Erstellen kommen heute. Auf jeden Fall wird die Folge vielleicht etwas länger, aber wir erstellen auf jeden Fall zu Ende. So, das heißt, wir gehen erst mal zum Erstellen ein Sim. Und dann gucken wir mal. So. Ja. Sieht sich schon mal sehr gut aus. Ähm. So. So eine Art Modepüppchen. So ein bisschen... Lass mal die Accessoire weg und die Fautdetails. Okay. So können wir mal filtern. Ähm. Nach Muschino. Da hat mir diese Frisur eigentlich am besten gefallen mit. Weil, ihr wisst ja, ich bin kein Fan von kurzerer Frisuren. Ich trage immer mehr die langen Haare, würde ich sagen. Soll ich ein Blond? Ja, ne? Blond. Ja, würdest du meinen. So. Dann werden wir hier auch mal ein bisschen filtern. Ich muss sagen, Klamotten und Dicht, gut. Das ist nicht mein Geschmack. Das hier hat mir sowas Clown-mäßiges, wollte ich schon fast sagen. Aber ne, weiß ich nicht, das ist nicht so meins. Wohl, das ist ein Schwarz, sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Gib mir das vielleicht doch einmal. Doch ich muss sagen, ein Schwarz sieht gar nicht so schlecht aus. Und. Hattest du vielleicht einen Rock? Aber den gibt's doch so. Für die Businessfrau. Kann man schon so sagen. Oder was meint ihr dazu? So ungefähr als Einoutfit. Sie kriegt aber noch eins. Ich muss noch kurz gucken. An Schminke. Ich stelle die ja auch in der Galerie. Könnt ihr euch die runterladen, die Familie. Meine Origin-ID steht hier immer in der Videobeschreibung. Aber die sage ich euch naja auch gleich noch. Ach, warte mal. Nein, doch nicht, dachte eben. Ne. Quatsch. Ich dachte eben, hier gibt's auch neue Schmuck. Das ist ja an der Arbeit, ja. Äh, Schmuck. Schminke. Schminke war das, ja. 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 Dieses hier findet ihr immer schön. Es hat so was Glitzer-mäßiges. Das finde ich eigentlich schön. Äh. Hat ein bisschen was. Roten Lippenstift? Sieht schon fast aus wie ein Model. Ähm. Aber neue Ohrringe gab's dem Sims-Plum-Bob. Das weiß ich. Glaub ich, dass ich's weiß. Aber ich meinte, die hätte ich mal gesehen. Ja, doch. Die geb ich ihr. Hier vielleicht nur so in Weiß. Würde ich mal so meinen. Beliebtheit. Sie ist Freundin der Welt. Sie ist kreativ, aktiv und romantisch. Machen wir das einfach mal so. So. Aber sie kriegt jetzt noch ein zweites Outfit halt. Doch, ein zweites kriegt sie noch. Ich wollte ihr das gerne noch geben. Oder? Doch. Du hast sie aber in Gold. Lass doch die paar Soße dazu, ne? Tatsächlich. Ja, das geb ich ihr. Doch. Hier oben lass ich das Schmuck alles so weit. Die Ohrringe werde ich vielleicht mal in die Farbe nur ändern. Hm, alles so Gold. Und den, äh, Wimpern. Äh, nicht Wimpern, sondern Lidschatten. Ja. Wird ihr auch mal so Gold sich ändern? Hab was, ja. Das sind ihre beiden Outfits erstmal. Ja. Sieht ja mal toll aus. Oh. Ich mein, wir werden sie ja nicht aktiv spielen. Wartet mal. Gibt's eigentlich auch was in dem Ganzkörper-Outfit? Ja, gibt es. Wow. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, Leute. Aber der Farbe am meisten. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Oh. 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 Dann muss ich einmal das Accessoire wegmachen. Halt! Die sind jetzt runtergeladen. Ich wollte so wenig wie möglich runtergeladenes benutzen. Nehmen wir die. Die sehen gar nicht mal schlecht aus. Hm, vielleicht kriegt er auch eine schöne Kette dazu. Mal gucken, ob wir hier noch so schönes haben. Aber das sieht nicht so aus, weil das da reingeht in diesem schwarzen. Sowas hier würde... Halt! Würde vielleicht gehen. Da gibt es auch... Doch, sowas würde vielleicht gehen. Doch, nehmen wir das. Äh, halt! Ja, gut. Jetzt habe ich alles weggemacht, wollte ich eigentlich jetzt gar nicht. Aber gut. Nehmen wir erstmal so einen Top. Äh, ja. E. Ich kann mal ein bisschen den Bauch ein bisschen flacher machen. So. Ich könnte eigentlich das nehmen. Habe ich anfangs, als es hier rauskam, ziemlich oft verwenden, diesen Top. Aha. Da gibt es doch so eine ähnliche Hose, glaube ich, auch für, ne? Wenn wir hier jetzt nicht alles tun, ja, die hier. Doch, die Schuhe sind schon, doch? Dann nehmen wir die hier. Ähm, ja. Hier wollte ich diesen einen BH nehmen, den ich eben schon hatte. Das heißt, ich soll es ihn wieder finden. Da. Die sind hier. Da sind die passende Hose dazu. Oder passende Skript, kann man sagen. Ja, was wollt ihr für nachts gehen? Nachts machen wir mal Schminke weg. Nachts trägt ja fast kaum jemand Schmink. Guck mal, hier gibt es noch eins, sieht auch gar nicht immer so schlecht aus. Ja, so. Ein Schmuckarmbandchen. Ein Schmuckarmbandchen. Natürlich Ohrringe. Ich will mir diese hier mal. Gleich. So. Bei Inselleben, da waren tolle Bikinis bei. Da gucken wir mal ganz kurz. Warte. Ja. Ja. Bek. Die da sieht schön aus. Ah. Ähm. Welches ist jetzt? Das hier, ich glaube das hier ist der passende Unterteil dazu, ne? Ja. Ja, das gebe ich immer, aber beim Baden hat sie auch keine Schminke drauf. Obwohl das immer ein bisschen was macht. Wimper... Halt! Wimperntusche sollte man ihr wenigstens geben. Weil ich finde das immer so ein bisschen, du seht so aus, das hältst ja gar keine Wimpern. Das sieht aber nicht so aus. Die sollte man ihr vielleicht geben. So heißt, da gebe ich jetzt einfach mal das hier. Und das hier. Ja. Das gebe ich jetzt noch mal für heiße Tage. Achso, wir brauchen ja auch noch einen Namen. Fällt mir grad so ein. Das wird ja gleich auch noch geben. Ich weiß nicht, was heute mit meinem Mikro so los ist. Irgendwie rauscht das komischerweise. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Wenn ja, tut es mir leid. Ähm. Aber irgendwie rauscht das heute so ein bisschen komisch. Vielleicht wird es Zeit, dass ich ein neues brauche. So vielleicht. Das sieht ja lustig aus. Ich brauche Jacke. Ich brauche Jacke. Warte mal. Aha. Da fällt ja mal ganz kurz nach Jahreszeiten. Genau. Ah, natürlich eine andere Mütze kriegt sie noch. So. Die hier. So. Das ist unsere. Wie nennen wir sie denn mal? Ist doch nett. Lena. Ja, Lena ist nicht schlecht. Lena Müller. Ähm. Der sieht ja lustig aus. Ich brauche mal irgendwas einfach mal. Henrik. Aber auch Müller. Die beiden sind verheiratet. So. Ihm gebe ich diese Frisur hier. Nur in Braun. Es kann aber sein, dass trotzdem benutzerdefiniert angezeigt wird, wegen den Augen. Das weiß ich jetzt nicht, wenn ich es in der Galerie hochlade. Könnte natürlich sein. Aber dann sind das wirklich nur die Augen. Was anderes habe ich eigentlich nicht drinne. Er kriegt einmal das. Und einmal diese Hose. Die wird glaube ich auch dazu. Er kriegt das nur ein Outfit. Weil bei ihm gefällt mir eins. Wenn ich ehrlich bin, nur das. Achso, weil Jahreszeiten auch drinne sind. Das kriegt er. So. Dann kriegt er das bei. Armkleidung. Der Pullover sieht bei Top schon mal nicht schlecht aus. Ja, den lasse ich ihm. Soll nicht runtergeladen. Gut. Und diese Hose. Kommt er dazu? Hier kommt erstmal der Oberteil weg. Ein bisschen Muckis sollte ich ihn schon machen. Ich könnte ihm eigentlich Tattoos verpassen. Mal gucken. Diese Feuerunterhose. Ja. Boxer. Boxer. Hier vielleicht das? Hier ist für Herrn eigentlich bei Insellleben. Soll ich mal ganz kurz gucken. Auch neue Badehosen. War es da auch bei? Heiß? Ja, natürlich. Dann kriegt er die hier. So. Das ist schon mal gar nicht schlecht für heiß. So. Diese Jacke. Das ist glaube ich jetzt die gleiche Hose. Ähm. Aber. Wie unsere. Dame hat. Ja. Macht jetzt ja auch nichts. Ich mach das jetzt ja nur. Ich brauche ein bisschen die Klamotten von Moschino zu zeigen. Ähm. Von dem Accessoire-Pack. Ich hab hier gerade so meine Nadel. So. Aber. Morgen geht's dann richtig los. Für unseren normalen Gameplay. So. Das ist Henrik Müller. Hier bekommt man auch einen kleinen Hund. Ich hab gedacht an so einen kleinen Chihuahua. Sag Chihuahuas. Ich hab ja selber einen. Und Chihuahuas. Ganz schön. Aufmerksam und wachsam. Ich mag diese Rasse. Unter dieser Farbe. Der ist männlich. Der ist Koko. So. Das ist Koko. So. Ich werde die mal abspeichern. Familie Müller. Ja. Ja guckt. Die sind benutzerdefiniert. Also müsst ihr nutzerdefinierte Inhalte mit einbeziehen. Zeige ich euch aber gleich noch. So. Der Galerie hochladen. Oh. Ich bin jetzt nicht verbunden. Das heißt ich muss das im Off machen. Stimmt. Ich bin nicht verbunden. Gut. Ich werde sie dann im Off in der Galerie hochladen. So. Ich zeige euch noch kurz die Galerie. So. Das hier ist meine Origin-ID erstmal. Mit sehr viel Zahlen. Ja. Ich weiß. Ähm. Sie steht hier natürlich auch in der Videobeschreibung. Ähm. Ja. Dann werde ich nämlich oft die in der Galerie hochladen. Dass ihr euch die runterladen könnt. Wenn ihr sie haben wollt. Und ich weiß. Sie sind nicht so astrein erstellt worden. Aber. Ich wollte euch ja nur ein bisschen das Pack zeigen. Die neuen Klamotten. Wenn ihr es verfolgen konntet. Und ähm. Ja. Morgen geht es mit unserem normalen Gameplay weiter. Ich lasse vielleicht auch in der Nachbarschaft einziehen. Wo wir wohnen. Wäre ja nicht schlecht. Ja. Morgen geht es dann da weiter. Und ähm. Ja. Bis dahin. Macht euch einen schönen Tag. Oder einen schönen Abend. Kann man euch das schon sagen. Ähm. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.